So, diesmal so geht ihr ins server. Weißt welcher server das war, oder? Zweifelsfall steht er bei den Favoriten mit drin. Joa, oder im Verlauf auf jeden Fall. Favoriten geht es irgendwie gar nicht bei mir. Was geht gar nicht? Den Favoriten geht das gar nicht bei mir, also du wirst natürlich die server da reinkriegt. Weiß ich auch nicht, aber im Verlauf hast du die auf jeden Fall drin. Das war, glaube ich, der DAISY S.A. Gameserver, oder? Äh, schade laufen. Müsste der letzte gewesen sein. Ja, denke ich auch. Bei mir ist es DAISY GB. Für Great Britannia. Äh, was? Der steht hier gar nicht bei mir. Midi, was ist dein letzter server? Äh, Moment. Oh. Aha, das würdest du gar nicht wissen, das weiß ich nicht selber, nicht, wo ist denn Fumbo? Nein, 100 nicht, aber so 30, 40. Ja, der unterste muss das eigentlich sein. Äh, Senioren der Apokalypse. Dann reconnecte mal da drauf, Flo, wir joinen nach. Wo muss ich? Ganz oben hab ich stehen, ja, an einem deutschen Server. Okay. Ich connecte einfach mal nach. Ah, ah, Soundpack. Jetzt wird's gleich laut. Haltet euch die Hör zu. Oh, doch nicht. Das ging schnell und unkompliziert. Boah. Alter. Da ist ein Midi. Ich geh auf den Pott. Lalalala. Aber der scheint immer noch laggy zu sein, oder? Das soll doch anfangen, wenn er reinkommt. Jetzt regnet es. Jetzt regnet. Toll. Ja. Also ich hab immer noch ne rote Kette. Aber hier ist ein neuer Spawn. Ja. Das lag immer nicht vorher nicht. So, wo bin ich jetzt? Dann können wir nochmal in das eine Gebäude reinflützen, theoretisch. Und ich hab schon wieder ne rote Kette. Sag ich doch. Das ist immer einfach normal. So. Ich lauf mal hoch. Wer von euch lädt da gerade durch? Hier ist ne Wasserflasche, falls einer eine braucht. Hat eine durchgeladen gerade? Okay. Dann ein paar Sekunden her. Aber manchmal kommt das ja immer nochmal. Ja. Das ist richtig. Falls einer von euch ne nicht volle Wasserflasche hat, kann er die mittlerweile umfüllen. Zwei. Eine volle und eine halbe volle. Ja, ich hab zwei volle Flaschen. Trinken brauch ich erst recht nicht. Dann lass doch mal zum Supermarkt gehen. Und so. Dann, wo treffen wir uns denn? Weil irgendwie sieht's hier woanders aus, glaub ich. Du sitzt da unten. Wir sind hinter dir. Ah, okay. Eins. Krankenhaus rein, oder was ist das? Joa. Können wir machen. Da ist ein Kumpel. Wo ist meine Schrotflintel? Nein, nicht. Jetzt sind gerade ein paar mehr hier drauf. Ja. Dann hacke ich den um. Ein Rucksack, ein Hammer, ein Hammer, ein Hammerhacken. Hier ist ein Rucksack, eine Baseballkeule, das bin ich, nicht schießen. Oh, ja. Oh, Muni, für mich. Ich hab noch keinen Platz mehr. Was liegt hier oben für Muni? Eine Dose. Eine Dose Sprite. Äh, äh, Spite. Entschuldigung. Ja, ich hab hier, äh, ich schmeiß hier mal eben auf den Boden einen SKS, Muni. Vor der Dose. Oh Gott, oh Gott. Donnerbass auch noch, ne? Ah, Leute. Was denn? Blocken wir dich? Joa, ein bisschen. Ok, dann lass uns am besten mal, ähm... mal zu dem anderen Gebäude gehen wieder, oder? Ja, ich bin am Weg. Da steht ein Zombie draußen, hat jemand eine Axt gerade in der Hand? Ja, ich. Nö, aber... Da ist ein Schalldämpfer drauf, ne? Der ist trotzdem laut. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, so viel bringt der komischerweise nicht. Oh, da kommt noch einer von hinten, Midi? Eieieieieiei Sicher? Ich werde nass, ich werde nass, ich werde nass große Gebäude rein oder... Ja Oh, Atomameise alter leckt das mit dem regen es regnet gar nicht mehr bei mir schon bei mir auch seid ihr traurig dass ihr eine einsame wolke über euch habt ich habe eine waschmaschine gefunden will wer wäsche waschen bei jubi regnet es nicht ja genau gesagt ich habe eine waschmaschine gefunden will wer wäsche waschen immer aufs dach hoch über die leiter macht das ich meide leitern nach möglichkeit ich bin da zu oft runtergefallen das bin ich ja gut geh du da rein für zombies wir haben immer noch zombies wieder ein s-hilfe-set und gucken ob das besser ist na schaust du mal an ja ist auf jeden fall geht für den zombie nein leider nicht doch ich schon erhaut mich alter nimm doch was leises ich fand das nicht so laut hey guck mal der donner ist fast genauso laut alter knall dieses scheiß teil ich finde die super und wenn wassertabletten aber eben nicht so weit weg ist ja nicht so weit weg welches ist das mögliche ne ja ja klar warte gucken äh ja genau schaut ihr mal eben wo das ist ja eigentlich von hier aus genau nach norden wenn wir nicht die straße laufen ok ja ihr müsst den weg anführen ich habe gerade keine orientierung auf die karte gucken kompass master ist jetzt hier äh flow ja ja wir brauchen einmal die richtung bitte die richtung sagt ihr ja nördlich also theoretisch aus ich stelle mich jetzt auf die straße und werde mich jetzt nach norden ausrichten scheiße ich richte jetzt über nach norden die richtung da lang alles klar dann los äh momentos momentos hier muss man noch was erledigen hättest du nicht in der kneipe auf klo gehen können nein nur meine knifte anspüren ja ich habe die da gerade hingeschmissen weil ich auf das ausversehen zwei hatte was für dosen hier säcke ja so jetzt weg hier wir haben so viel rumgeballert hier macht mir echt sorgen gerade floh mit seiner kleinen piffpuff somit welche kann ich jetzt mit dem ding bearbeiten eigentlich alles außer handfeuer war also außer die die ganz normale pistole die geht nicht was willst du bearbeiten mit der sprühdose ähm du bist nicht hinter uns ne ne die empfehlen die musien das weiß ich ich wollte gerade sagen mit der sks klappt das nicht mit der schrotflinte nicht und mit der magnum auch nicht ja dann geht das halt nicht nach norden doch nicht doch nicht ich sitze auf naturluxer wo seid ihr bin ich Richtung norden sind wir gelaufen da wo du gesagt hast so auf der straße bei dem krankenhaus da ja ich laufe nach norden ja mit dem kompass geht nach vorne wir werden als erstes ausschossen dann müsst ihr den kompass looten können ich dachte ich schieße zurück und das ist laut ja ja Kumpel vor uns darf ich Kumpel von der seite ein bisschen rum ballern weil man ja sonst nie dazu kommt kann sich jetzt auch heißen ne ja ja klar weil er hat doch zu viel money gerade ja du hast einen Kumpel du bist doch genau neben mir fluchtreflexe 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 so wir müssen da durch das Wellchen dahinter dürfte es sein oder ja ja nicht ja auf den Berg ja wir sind in naher Zukunft auch off ja wir sind ja bald da ja selbst wenn ich auf gehe dann kriegt einer von euch den Kompass vorher und gut ist ja so lange können wir auch nicht mehr ja ja bedestens acht dann müssen wir ja auch ne ja ein bisschen vorher ein bisschen noch musst du noch ein zwei Sachen machen ja einfach grad sagen ich muss sehen dass ich bei bei 7 rum bei meinen erzeugern auf der matte stehe ach denn die Atom-Morror Spitz oh Pich 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 Piu 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 Wir laufen durch den Wald wir müssen uns mal so ein Wanderlied ausdenken ich kenne einen Sau das kennt vielleicht keiner ne ich wollte grad sagen ich hab irgendwo äh noch ein altes Bundeswehr Gesangsburg rum fliegen ja hier hier setzt die Mosche Piu 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 Udass Flo, oder? Ne, Jogi. Machst du das? Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. Ah, ja. Aber das sind wahrscheinlich wieder nur die fiesen Baumtexturen. Ja. Die sich dann mal denken von wegen, ich plopp mal auf, ich plopp mal weg. Lauft auf jeden Fall schon mal nicht ganz nördlich. Ich hab mich gerade noch mal neu ausgenordet. Ja. Das ist ja nicht hundertprozentig nördlich laufen. Jetzt regnet es wieder, na toll. Jetzt wieder, die ganze Zeit. Bei mir jetzt wieder. Schönes Wetter haben wir heute. Britisches Wetter. Vom Feinsten. Geh weg, Busch, Zeugs. Busch, Busch, geh weg. Lauf Busch, lauf. Na jetzt, lauf doch, schneller. Die Fäuste geballt. Vor Schreck, oder was? Keine Ahnung, immer wenn der dann langsam wird, hebt der die Fäuste hoch. Bei dir auch, ja. Ja. Einen, einen seh ich. Einen von euch seh ich, wo ist der andere? Also ich bin ja mit der, mit der roten Mütze. Ja, nur ob die Entfernung ist, das... Ja, ist das Ding mit den Beulen im Hemd. Da ist die Beule im Hemd. Und da ist der andere. Ja, die Beule im Hemd. Mach dir gar nicht ne Beule nach innen. Ja, das wär dann eine Delle. Das wär dann eine Delle, hast recht. Ach, Schepper. Ist dein Blitzableiter dabei? Ja, mit meiner Mosin hab ich da bissl Angst. Naja, die SKS hat noch mehr Metall. Das stimmt. Du brauchst mit deiner Mosin wieder ein Bayonet. Ja, richtig. Dann bin ich ein Blitzableiter. Alter, lauf dir schnell. Du, nur langsam. Ich glaube, der Rückgang ist ja schneller als du vor hast. Ja, ich länge irgendwie zwischendurch wieder zurück. Betrug, dann mach ich drei Schritte vor, zwei zurück. Ist das hier die neue Stadt? Ja, ne? Oh, ne, das ist Kelm. Ah, das ist Kelm, okay. Ey, was ist denn das? Ich überhole Yuvi, zack, bin ich hinter ihm. Ich überhole Yuvi, zack, bin ich hinter ihm. Yuvi ist irgendwie mal in meinem Spiel rumgemurkst. Nein. Der hatte gar keine Internetprobleme. Genau, ich hab mich kurz gehackt. Da kommt ein Zombie auf den Zugelaufen von rechts. So. Hallo. Handfänger. Ey, Junge. Alter, Flo. Was denn? Wir sind hier an der Stadt. Er will doch nur sagen, dass wir da sind. Du weißt, dass man in diesem Spiel unfassbar vorsichtig sein muss. Was? Bande ich die Schrotflinte? Was?